Herzlich Willkommen hier im Augartenpalais der Wiener Sängerknaben. Die Corona-Krise ist auch für uns eine existenzbedrohende Krise. Wir leben von unseren Konzert- und Tournee-Einnahmen. Wir erhalten uns selbst. Gerade jetzt würde eine Japan-Tournee beginnen. Konzerte in Wien stattfinden, Konzerte in vielen Ländern stattfinden. All das ist natürlich nicht möglich. Und das ist für uns eine existenzbedrohende Situation. Seit 522 Jahren machen wir Musik. Musik ist ein Geschenk, so empfinden wir das, dass wir mit möglichst vielen Menschen teilen wollen. Wir bilden Kinder, Jugendliche aus, Mädchen und Buben, vom Volksschulalter bis zur Matura und darüber hinaus. Wir sind Künstler. Wie alle leben wir von der Hand in den Mund. Finanzreserven anzusammeln ist nie möglich. Jeden Cent, den wir verdienen, investieren wir in die Ausbildung der Kinder. Mit unserer Musik wollen wir Freude bereiten. Freude auf der ganzen Welt. Vielleicht verbreiten wir auch ein bisschen Harmonie dabei, die gerade jetzt so wichtig ist in dieser Zeit. Das Singen ist für Kinder, für die Menschheit ein essentieller Teil unseres Lebens. Und wir müssen und wollen das nicht nur jetzt, sondern wirklich auch noch 500 Jahre tun. Dazu brauchen wir Ihre Hilfe. Herzlichen Dank für jede Unterstützung, für jede Spende, die Sie uns schon gegeben haben oder die Sie uns noch vorhaben zu geben, besonders in dieser Zeit. Das ist ganz einfach unter philanthropie.wsk.at. Man kann auf unserer Homepage auch monatlich spenden. Jeder noch so kleine Betrag ist für uns eine wichtige Hilfe. Ganz herzlichen Dank dafür. Wir freuen uns, Sie wieder persönlich treffen zu können, für Sie singen zu dürfen. Hier in Wien und auf der ganzen Welt. Bleiben Sie gesund.